Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Sein oder nicht sein, das ist doch hier die Frage. Hamlet, der berühmteste Text der dramatischen Literatur. Ich habe Hamlet nie gespielt, ich bin jetzt 60 und ich bin jetzt alt genug, ihn zu verstehen. Du spielst ihn hoffentlich früher und alle Ohren und Augen werden auf dich gerichtet sein, in dem Moment, wo du diesen berühmten Monolog anstimmen wirst. Gnade dir Gott. Der schlimmste Satz, der mir je gesagt wurde und ich hörte ihn öfter im Laufe meines Berufslebens, war der. Das würde die Figur nie tun. Die Figur. Also Hamlet. Es dauerte Jahre, bis ich die richtige Antwort im Kopf hatte und dann auch parat, nämlich. Ach, kennst du ihn? Erzähl mal. Ich warte bis heute auf eine Antwort. All diese Rollen, Hamlet, Ophelia, Faust, Onkel Wanya Pergint, Maria Stewart, sind Worte auf Papier, solange bis du sie besielst, solange bis du sie mit dir füllst. Und dann werden sie lebendig und einzigartig. Dabei helfe ich dir. Es geht um dich. Und dann werden sie eine richtige Antwort.